ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risiko und weins gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspricht wir legen direkt los wir gehen rüber in die xstation wir fangen mit dem marktbreiten s&p 500 an und das börsenbarometer aus den usa könnte jetzt bald das jahreshoch testen der index notiert auf einem drei monats hoch und ein anstieg darüber würde den mittelfristigen trend bestätigen und auch einen anstieg bedeuten in richtung des augusthochs bei 4.327 punkten und hier könnte sich entscheiden ob es dann auch einen langfristigen richtungswechsel gibt der deutsche light index beziehungsweise der dax future hält sich auf einem hohen niveau oberhalb der 16.000 punkte marke es gab kurzfristig immer wieder mal unterbrechungen was die rallye angeht aber die bullen haben dann nicht locker gelassen und konnten sich immer wieder durchsetzen das bedeutet dass das rekordhoch jetzt nach wie vor zum greifen nahe ist und aktuell beträgt der abstand weniger als 1,5 prozent und das sind in punkten ausgedrückt knapp 200 punkte das heißt ausbruch nach oben würde bedeuten dass wir ja das rekordhoch weiter ansteuern könnten euro dollar scheitert erneut an dem widerstand bei 1 10 33 wichtiger hochpunkt gewesen fehlausbruch vor drei wochen fehlausbruch auch in der vorwoche aber der euro kann sich gegenüber dem us dollar auch auf hohem niveau halten ein wichtiges unterstützungsniveau bei 1 0 9 73 hat gehalten und das könnte bedeuten dass wir in dieser woche vielleicht einen neuen ausbruchs versuch sehen am goldmarkt scheint sich die handelsspanne weiter zu verengen wir haben hier noch einen intakten aufwärtstrend aber es geht eben hier seit einigen wochen nicht wirklich weiter und hier haben wir eine dreiecksformation und eine wichtige schützung bei 1.981 dollar ein rückgang darunter würde bedeuten dass wir hier in die tiefs reinlaufen und wirklich bewegung kommt erst oberhalb von 2010 dollar rein weil da die abstande abstände zu den nächsten widerständen größer sind und ja deswegen muss der markt sich eben hier erstmal wieder etablieren oberhalb der kurzfristigen schützung und vor allem dann dieses niveau hier durchbrechen wo eben sehr viel aktivität war und wo der markt eben immer wieder zurückgeworfen wurde in den vergangenen wochen die öl sorte wti stabilisiert sich in dieser woche nach dem gap close bei 75 71 wir haben ein aufwärts impuls richtungswechsel und jetzt eben die korrektur bewegung eine stabilisierung oberhalb von 75 71 könnte bedeuten dass ein neuer aufwärts impuls gestartet wird andererseits könnte eine reaktion bei 75 71 also ein bruch nach unten bedeuten dass wir uns diesen zwischenhoch bei 71 66 annähern und dann die korrektur letztendlich vertiefen bitcoin zieht sich von der 30.000 dollar marke zurück und läuft in einen wichtigen unterstützungsbereich rein es gibt eine wichtige marke bei 27.677 dollar und bei 27.200 us-dollar viel gegen viel bewegung hoch fehl ausbruch bruch verteidigung bruch nach unten und dann nochmal der richtungswechsel das ist die unterstützung nummer eins unterstützung nummer zwei wichtiger tiefpunkt gewesen zwei fehler ausbrüche und dann die gegenbewegung also die hoffnung also der bullen dass sich der markt in diesem bereich stabilisiert und dann einen neuen versuch wagt konkrete trading ideen dazu gibt es dann wie immer in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal